B 2.4, die Strecke EM ist parallel zur Strecke AB. Begründen Sie, weshalb für das Maß des Winkels EMB gilt. EMB sind 70 Grad. Berechnen Sie so dann die Bogenlänge des Kreisbogens EB mit Mittelpunkt M. Gehen wir schnell hoch in die Zeichnung. So, Aussage ganz wichtig, EM ist parallel zur Strecke AB. Und jetzt begründen Sie, weshalb das Maß des Winkels EMB gilt. 70 Grad. Also, wir brauchen den Winkel hier, hier zum begründen, warum der 70 Grad groß ist. Begründung geht eigentlich recht einfach, da die beiden Strecken EM und AB parallel sind, sind diese beiden Winkel, der CBA und der EMB, Ergänzungswinkel zueinander. Und Ergänzungswinkel sind immer 180 Grad groß. Und das kann man im Prinzip genauso aufschreiben. Da, AB parallel zu EM gilt, gilt Winkel, was haben wir, CBA plus EMB, gleich 180 Grad. Da kann man noch in Klammern E-Winkel schreiben. Und daraus folgt Winkel EMB ist gleich 180 Grad minus 110 Grad gleich 70 Grad. Gut, all diese Aufgaben haben wir schon. An der Dicht, zweitens noch, berechnen Sie die Bogenlänge des Kreisbogens EB mit Mittelpunkt M. Um es jetzt hier ein bisschen reinzuschmieren, da ist der Kreisbogen EB. Da habe ich ein bisschen nebendran gemalt, natürlich die schwarze Linie entlang. Der muss jetzt noch berechnet werden. So, wie kriegen wir den Kreisbogen? Dafür brauchen wir unsere Formel. Gehen wir in Formelsammlung. Im Stichwortverzeichnis steht klappter Bogen nicht drin. Also gehen wir direkt mal auf Kreis. Dann sind wir auf Seite 10 in der Formelsammlung. Und dann haben wir im Prinzip hier schon Länge des Kreisbogens. Ja, die unsere passende Formel dazu. Genau, die Formel brauchen wir jetzt. Ja, können wir B nennen. B ist gleich Alpha. Ja, machen wir gleich mit dem richtigen Winkel. Alpha ist immer der Öffnungswinkel. Also hier der Winkel EMB, Öffnungswinkel von dem Sektor vom Kreisbogen. Also Winkel EMB durch 360 Grad mal, was haben wir hier, zweimal Radius mal Pi. Radius ist hier die Strecke BM. Ja, kennen wir hier BM oder ME. Mal Pi hinten dran noch. So, EMB kennen wir schon. Das haben wir ja im Prinzip hier stehen. 70 Grad. Radius BM. Kennen wir auch. Wir wissen, M ist der Mittelpunkt der Strecke BC. Also bleibt für die BM noch eine Länge von 4 cm übrig. Also können wir dann alles auch schon sofort einsetzen. Ist gleich 80 Grad durch 360 Grad. Na, 70 waren es oben dran. So, jetzt passt. Mal 2 mal 4, der Radius mal Pi. Und das tippt mit dem Taschenrechner ein und kriegt dann eine Länge von 4,89 cm raus. Ja, damit haben wir die Aufgabe auch schon gelöst. Nächste Aufgabe. Und das tippt mit dem Taschenrechner ein. Vielen Dank.